Hallo und herzlich willkommen zu Voice over in Cars. Ich habe heute den Volvo XC40 als Plug-in-Hybrid für euch und ich bin das Fahrzeug tatsächlich noch gar nicht gefahren, deswegen schauen wir uns zunächst einmal das Design an, dann gibt es von mir die Abmessung, dann schauen wir vorne unter die Motorhaube, werfen da mal schön einen Blick runter, dann steige ich vorne ein, steige ich hinten ein, ich zeige euch den Kofferraum, Fahreindruck und Fazit gibt es oben drauf und würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem Design. Und wir haben hier vorne auch so ein bisschen was von Thor's Hammer in der Scheinwerfer-Grafik, das hat ja der XC90 damals eingeführt und so sieht man auch die Familienzugehörigkeit bei diesem Fahrzeug. Wir haben natürlich einen großen Chromkühlergrill mit dem Volvo-Zeichen drin, hier vorne ist die Frontkamera drin, zumindest eine der beiden Kameras, denn hier oben ist auch noch mal eine für die Schilderkennung. Ansonsten verfügt dieses Fahrzeug aber eine ganze Menge Assistenzsysteme, da kommen wir gleich nochmal zu. Denn jetzt kommen wir erstmal zu den Felgen und wir haben hier aerodynamische Felgen, also die sind hier tatsächlich dafür designt, nicht nur gut auszusehen, sondern tatsächlich den Verbrauch zu senken. Wir haben zwei 35, 50, 19 Zoll Reifen drauf und klar, das sieht optisch auch schon ganz gut aus, aber wie gesagt, die Felgen haben vor allem eine Aufgabe, weniger Luftverwirbelung, das heißt Verbrauch zu senken und weniger Luftverwirbelung bedeutet aber auch, der Innenraum wird leiser. Hier haben wir eine Ladeklappe tatsächlich, kann man ganz einfach öffnen per Tastendruck und dann kann ich hier ganz normal das Fahrzeug aufladen, denn ihr habt schon gesehen, wir haben ein E-Kennzeichen, das heißt wir haben ein Plug-in Hybrid, wir haben eine rein elektrische Reichweite, die dafür ausreicht ein E-Kennzeichen zu bekommen und natürlich auch die statische Förderung. Ja und ansonsten haben wir ein bisschen Chrom, ein bisschen Schwarz, wir haben hier oben Inscription stehen, das ist die Ausstattungslinie, Dachspoiler, Antenne da oben, die runtergezogenen großen Rückleuchten quasi, die in LED-Technik gehalten sind und über klassische Leuchtmittel auch noch verfügen. Das heißt hier haben wir ein hybrides Modell, nicht wahr? Große Heckscheibe, der Wischer auch groß genug, sage ich mal, um zumindest den größten Teil der Scheibe zu reinigen. Hier oben eine dritte Bremsleuchte. Für diejenigen, die nicht wissen, wo drin sitzen wir, Volvo nochmal groß draufstehend, XC40 und hier auf der rechten Seite T5. Und neben T5 steht nochmal die Ausstattungslinie und dann Twin Engine. Wir haben nämlich die Kraft der zwei Motoren. Wir haben hier auch nochmal so Auspuffblenden, sage ich jetzt mal. Dahinter sind kleinere Röhrchen, aber das geht meiner Meinung nach rein optisch noch vollkommen in Ordnung. Ja, hier auf der rechten Seite haben wir dann den Tankdeckel, den kann man gar nicht so einfach öffnen, da muss man drin schon die Taste verdrücken. Ansonsten geht es hier weiter mit der Chromlinie, Außenspiegel mit integrierten Blinkern. Wir haben vorne Aero-Wischer und hier geht es dann quasi weiter mit der Linienführung und wir haben auch hier wieder eine dreidimensional gestaltete Motorhaube mit relativ scharfen Kanten, zumindest rein optisch. Und vor noch wenigen Jahren wäre so eine Motorhaube aufgrund der Fertigungsmöglichkeiten gar nicht möglich gewesen tatsächlich und ich finde das ganz gut. Es sorgt auch dafür, dass wir eine Luftverwirbelung haben, beziehungsweise eine Umlenkung haben hier auf die Seite und dann wird die Luft da quasi unten dran vorbeigeführt an den Außenspiegeln. Das sorgt tatsächlich dafür, dass der Innenraum ein bisschen leiser werden soll. Das sind so ganz, ganz viele kleine Kniffe, an denen man arbeitet, damit das Fahrzeug leiser wird. Zum Beispiel, wenn ihr schon mal Reifen gesehen habt, die das nicht mehr so erhaben aufgeprägt haben, sondern wo es mehr oder weniger so drin ist wie bei diesem Continental hier. Auch das reduziert tatsächlich Geräusche und unterm Strich dann halt irgendwann, wenn man es dann hochrechnen möchte, sogar Emissionen und Verbrauchswerte. Aber wie immer laufe ich jetzt aus dem Bild und ihr bekommt von mir die Abmessung zu diesem Fahrzeug. Der Volvo XC40 ist 4,43 Meter lang und inklusive Außenspiegel 2 Meter und 3 Meter breit. Das Fahrzeug ist 1,65 Meter hoch und verfügt über einen Radstand von 2,70 Meter. Die Bodenfreiheit wird mit 21 Zentimeter angegeben. Der Wendekreis liegt bei 11,8 Meter. Ja, genau so sieht es aus. So, und jetzt fange ich jetzt mal an und ich habe Hauptendämpfer. Tada, wunderbar. Und ansonsten sehe ich hier eine große Abdeckung. Und was der noch so alles drunter hat, das erfahrt ihr jetzt. Unter der Motorhaube haben wir einen 1,5 Liter Benziner mit einer Leistung von 132 kW, sprich 180 PS und einem maximalen Drehmoment von 265 Newtonmeter. Die Systemleistung liegt bei 192 kW, sprich bei 262 PS, denn wir haben ja noch einen kleinen Elektromotor mit an Bord, der dafür sorgt, dass wir einen Systemdrehmoment von 425 Newtonmeter haben. Innerhalb von 7,3 Sekunden geht es auf Tempo 100 und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Tempo 205. Der Tank fasst 48 Liter und ob ich den Neffswert von 1,8 Liter auf 100 Kilometer geschafft habe, das erfahrt ihr im Fahreindruck. Ja, ich komme überall gut ran. Wischwasser kann ich nachfüllen. Kühlerflüssigkeit, Bremslüssigkeit sehe ich. Steuergeräte, Luftfilter. Ja, Öl kann ich auch nachfüllen. Allerdings weiß ich gerade aktuell gar nicht, wo der Ölpeilstab sein soll. Vielleicht ist er im Öldeckel. Nee, glaube ich nicht. Hat wahrscheinlich eine elektronische Anzeige. Schließen wir wieder die Motorhaube und steigen jetzt vorne einmal ein. So, dann steigen wir auch ein in den Volvo XC40 und ich bin extra dafür in die Halle gefahren, damit wir das hier, glaube ich, mal ein bisschen besser alles sehen können. Ich mache mal die Zündung an, dann seht ihr noch ein bisschen mehr. Dann wird er jetzt wahrscheinlich gleich meckern, dass die Tür auf ist auf der rechten Seite. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie, ja, kann ich wegmachen. Das ist kein Problem. So, und das Fahrzeug kann man nur starten mit Bremspedal. So, jetzt drücken wir mal die Infos hier weg. Machen die Lüftung wieder ein bisschen runter, beziehungsweise aus. Und schauen uns jetzt hier einmal das Fahrzeug in Ruhe an. Wir haben ein Lenkrad, das lässt sich hier manuell in der Höhe verstellen und auch in der Tiefe. Ich lasse es jetzt mal auf dieser Einstellung hier, damit ich das gleich besser filmen kann. Wir haben riesengroße Türtaschen. Ja, die sind so groß, der Jan hat gesagt, da passt auch ein 15 Zoll Macbook rein. Ich habe noch nie so große Türtaschen gesehen, außer beim LKW, ganz ehrlich. Also von daher wirklich Kompliment an Volvo. Also Ablageflächen gibt es hier wirklich eine ganze Menge. Ich habe eine Guthöhenverstellung und auch der Sitz oder die Sitze lassen sich elektrisch ganz, ganz schön einstellen. Da gibt es also gar nichts zum Meckern. Finde ich auch sehr bequem. Ich bin den Wagen insgesamt gefahren, 170 Kilometer. Also mehr als bei einer klassischen Fahrveranstaltung in der Regel und kann, glaube ich, ganz gut ein Urteil darüber abgeben. Und auch gleich zum Fahreindruck kann ich jetzt schon mal sagen, ich bin gestern langsam und gemäßig zurückgefahren. Heute Morgen ein bisschen flotter zurück, sodass ich, glaube ich, einen ganz guten Mittelwert habe. Das Lenkrad selber ist nicht groß, nicht klein, sondern genauso wie es sein muss. Ich finde es auch nicht zu wulstig. Also das geht vollkommen in Ordnung und es ist auch von den Tasten her ganz und gar nicht überfrachtet. Auf der linken Seite habe ich ein paar Informationen, beziehungsweise ich kann hier so Tempomat zum Beispiel einstellen oder auch den ProPilot. Auf der rechten Seite habe ich eher die Tasten für das Infotainmentsystem. Hier unten kann ich mir den Verbrauch zum Beispiel anzeigen lassen und kann dann hier über diese Tasten natürlich auch durchswipen, Medien, Navigation und so weiter. Und hier drüber bediene ich die Sprachsteuerung. In der Mitte habe ich die Hupe. Hier kann ich die Lichtautomatik einschalten oder aber auch zum Beispiel den Reset-Knopf drücken, um irgendwelche Angaben wieder zu nullen. Und auf der rechten Seite habe ich den Wischerhebel. Also ganz klar alles wie immer. Hier oben habe ich noch so einen kleinen Tickethalter. Den kenne ich persönlich von Skoda. Finde ich da immer ganz praktisch. Nutze ich tatsächlich auch und habe auch schon mal geguckt, ob sowas nicht vielleicht auch für mein Auto als Zubehör gibt. Ansonsten habe ich hier die Harman Kardon Anlage verbaut. Da kann ich schon mal spoilern. Wer einmal in den Genuss gekommen ist, die natürlich viel teurere Anlage zu hören im XC90. Da ist das Bauers & Wilkins Premium Soundsystem verbaut. Der wird feststellen, dass Harman Kardon zwar gut ist, aber dass Bauers & Wilkins einfach viel, viel besser ist. Aber das soll das hier nicht abschwächen. Das ist eine gute Anlage. Da kann man sehr gut mit Musik hören. Aber Bauers & Wilkins MXC90, das ist momentan meiner Meinung nach State of the Art im Volvo-Segment. Auf der linken Seite kann ich hier oben die Spiegel einstellen. Ich kann die Türen öffnen und schließen. Ich habe zwei Memory-Funktionen hier für die Sitze vom Fahrer. Ansonsten habe ich eine Automatik bei den Fenstern. Dementsprechend gehe ich auch stark davon aus, dass ich einen Einklemmschutz habe. Und ich kann hinten sagen, liebe Kinder, ihr dürft die Fenster nicht selbstständig auf und zu machen. Denn wer kleine Kinder hat und die lernt irgendwann mal diese Tasten kennen, der weiß, dass das schnell nerven kann. Schauen wir uns einmal das Fahrzeug auf dieser Seite an. Wir haben hier ein Informatiksystem. Das kennt man jetzt mittlerweile auch schon aus diversen anderen Volvo-Modellen, was ja quasi hochkant hier platziert ist. Man muss den Blick gar nicht so weit absenken. Das geht und es ist dem Fahrer auch zugewandt. Das mag ich persönlich sehr. Und wir haben hier unten drunter nochmal eine ganz, ganz kleine Einheit. Tatsächlich nur mit den wichtigsten Tasten. Warm-Dink-Schalter, Heckscheibenheizung, Front-Scheibenheizung, beziehungsweise nicht die Heizung, sondern die, also keine Heizdrähte drin, sondern tatsächlich die Heizung, die Lüftungsdüsen, die dann aktiviert werden. Vorskippen, lauter, leiser, Stop-Funktion und den Drive-Mode, den ich hier über diese Taste einstellen kann. Hybrid, Power für sportliches Fahren, Pure für Eco-Fahren und Offroad. Und ich habe tatsächlich meinen Fahreindruck ausschließlich gewonnen im Hybrid-Modus. Ja, hier unten habe ich noch einen 12-Volt-Anschluss. Da ist kein Zigarettenanschluss da drin, sondern nur eine Abdeckung. Kann man maximal belasten mit 120 Watt. Daneben habe ich einen USB-Anschluss. Und darunter ist auch nochmal einer, aber nur der obere nutzt quasi dieses System für Apple CarPlay und Co. Ich habe hier ein induktives Ladefeld und etwas, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, nämlich tatsächlich einen Aschenbecher in einem Auto. Kann man sicherlich auch abbestellen. Zwei Getränkehalter, da passen 0,5 Liter Flaschen rein. Das ist kein Problem. Daneben habe ich den gläsernen Gangwahlhebel. Wir haben hier die Automatik verbaut und dementsprechend kann ich hier über die Fahrstufen eingeben. RND oder hier ist die Parktaste. Ist ein nettes Feature, vor allem weil es auch so schön beleuchtet ist. Ich habe eine elektronische Parkbremse, Gott sei Dank mit einer Automatik. Hier hinter habe ich dann auch nochmal ein Fach und noch mehr Platz unter der Armlehne. Handschuhfach haben wir natürlich auch. Das ist sogar relativ groß und die geben ein Ledertuch hier gerade mit für die Ledersitze und auch nochmal ein Tuch. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man keine Handschuhe trägt für das Infotainment-System. Denn ganz ehrlich, diese Touchfläche, ja, das sieht dann schon relativ schnell schmuddelig aus. Ich habe einen schönen rahmenlosen Spiegel, finde ich großartig. Hier oben habe ich noch eine SOS-Taste. Hier steht Fast New Seat Belt und hier kann ich On-Call starten. Und über diese Taste geht dann das Schiebedarf tatsächlich auf. Macht den Innenraum dann schön luftig. Ja, ich habe hier oben noch eine Sonnenblende, schöne Schwarz-Schmink-Spiegel-Beleuchtung. Ich habe hier auch einen Griff, der Beifahrer hat ebenfalls einen. Denn wir haben hier und dort ebenfalls Lautsprecher, beziehungsweise nicht Lautsprecher, sondern Mikrofone für die Freisprecheinrichtungen. Und ich habe gestern auch schon mal über die Freisprecheinlage telefoniert. Funktioniert großartig. Spielen wir uns also einmal ganz schnell durch das Navi durch. Wenn ihr hier auf diese Taste drückt, seht ihr quasi eine kleine Bedienungsanleitung. Man kann also so durchswipen. FMDAB, Radio-Favoriten, Bluetooth, USB oder ein iPod. Apple CarPlay ist auch da vorhanden. Wir haben ein Download-Center, wir können uns die Fahrer-Performance anzeigen lassen. Das ist jetzt hier der Verbrauch. Allerdings auch bei den Probefahrten hier auf dem Bilsterberg. Da seht ihr aber auch, ich lag ein paar Mal drunter. Nicht wahr? Das ist jetzt auf sieben Stunden ein Durchschnittsverbrauch von 8,6 Liter und auf einer insgesamt Entfernung von 412 Kilometer. Präferenzen kann man sich auch noch anzeigen lassen. Und ich komme immer wieder zurück, indem ich hier die Home-Taste drücke. So, Mitteilung, Klangerlebnis kann man hier natürlich einstellen. Ich habe hier unten auch noch mal weitere Funktionen wie Klümmes, Wetter, Tune-In, lokale Suche, Parken und Zahlen. Wiki Location, also ich kann mir einfach ein paar Informationen zu verschiedenen Locations hier reinholen ins Auto. Yelp, Spotify und ich kann auch Sprachnachrichten aufzeichnen und senden. Hier habe ich meine wichtigsten Kacheln, Navigation, Radio, Telefoniefunktionen und den durchschnittlichen Verbrauch. Und auf der linken Seite kann ich die Fahrzeugfunktionen nutzen. Ich habe ja hier ein Hybridmodell. Das heißt, ich kann die Batterieleistung entweder speichern oder ich kann auch während der Fahrt laden. Ich kann den ESC-Modus in den Sportmodus versetzen. Den Spurhalteassistenten kann ich ein- und ausschalten, den Parkassistenten ein- und ausschalten. Cross-Traffic-Alert ein- und ausschalten. Cross-Traffic bedeutet, wenn von hinten, wenn ihr zum Beispiel aus einer Einfahrt rausfahrt und von links und rechts kommen Autos oder Fahrradfahrer, dann schlägt das Fahrzeug Alarm. Die Kamera kann ich aktivieren. Ja, wir haben eine 360-Grad-Kamera. Eine funktioniert leider gerade nicht, weil steht nämlich hier. Ja, ich kann aber auch sagen, zum Beispiel hier zeigt mir die Linien oder halt auch nicht und kann hier halt weiter einstellen. Wenn ich einen Rückwärtsgang einlege, wird mir genau dieses Bild automatisch auch angezeigt. Über die Taste komme ich wieder zurück. Ich kann per Tastendruck die Kopfstützen umklappen, denn wenn ich in den Rückspiegel gucke, dann sehe ich da hinten zwei Kopfstützen. Kann vielleicht nicht ganz gut rausgucken, wenn da hinten keiner sitzt oder man möchte die Kinder ändern, äh ärgern, nicht ändern, kann ich einfach mal die Kopfstützen umklappen. Reagiert tatsächlich auch, wenn da hinten Kinder sitzen. Also es ist keine Sitzerkennung drin, beziehungsweise eine Sitzerkennung ist drin, aber das ist nicht so geschaltet, dass dann die Kopfstützen nicht umklappen können. Das heißt, ihr könnt tatsächlich die Kinder ärgern, aber wer will da schon? Das macht tierisch viel Spaß. Blizz ist quasi der Todwinkelwarner. Funktioniert auch sehr gut bei diesem Fahrzeug. Wir haben hier die Schildererkennung. Connected Safe Tempo Schilder Assistent. Das heißt, die Geschwindigkeiten werden automatisch erfasst und ich kann hier die Sachen übernehmen. Den Tempomat kann man natürlich aktivieren. Die Alarmanlage kann man in den verminderten Schutz stellen. Ich habe die Möglichkeit, Kurvenlicht zu aktivieren, aktives Kurvenlicht. Die Wartungsposition vom Wischer kann ich einstellen. Dann geht der Wischer nämlich nach oben. Dann kann man sie nämlich besser wechseln, beziehungsweise nur so kann man sie wechseln. Und man kann die Wischer auch wieder runterfahren. Und wir haben noch den Kollisionsvermeidungsassistent, ja, dass der Wagen da den Fahrer oder die Fahrer und Insassen schützt. Jetzt, Drive-Mod habe ich schon gezeigt. Hier kann man die verschiedenen Modis einstellen. Da hätte ich mir vielleicht, hoppala, da ist der Motor tatsächlich jetzt angesprungen, weil wir natürlich den Motor eigentlich anhaben. Das merkt man ja bei so Elektrofahrzeugen nicht. Zack, machen wir ihn einfach wieder aus. Hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass der Schalter vielleicht irgendwo doch am Lenkrad ist. Aber das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich glaube, den fährt man am besten sowieso im Hybrid- oder im Eco-Modus und kommt damit wirklich sehr, sehr, sehr bequem von A nach B. Ja, und wie das Platzangebot jetzt im Fond aussieht und wie es da mit dem Thema Kindersicherheit aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Denn ich nehme jetzt mal hinter mir selber Platz. Jetzt steigen wir hinter mir ein und dann seht ihr es auch ganz schnell. Ich habe hier wirklich ausreichend Beinfreiheit. Die Sitzauflage selber ist mir persönlich ein bisschen zu kurz. Und aufgrund des breiten Mitteltunnels sage ich ganz ehrlich, ich sehe zwei Personen hier hinten bequem sitzen. Daher freuen wir uns auch über zwei Isofix-Haltungen auf der linken und auf der rechten Seite. Ich habe hier eine getrennt steuerbare dreistufige Sitzheizung für hinten. Und auch noch mal hier ein USB-Anschluss. Also ist eigentlich fast alles da, was man so braucht, nicht wahr? Hinten sehen die Türtaschen ein bisschen kleiner aus als vorne. Das ist natürlich bauartbedingt. Hier hat irgendeiner der Kollegen noch einen Kugelschreiber vergessen. Den lege ich mal nach vorne. Ansonsten passen da aber 0,5 Flitterflaschen rein. Und wir haben noch ein bisschen mehr, denn wir haben hier noch eine Armlehne und da passen auch noch mal zwei Getränke rein. Netze haben wir hier auch noch. Also da ist, sage ich mal, auch ablagetechnisch genug vorhanden. Ich kann die Beine hier sehr bequem unter den Fahrersitz platzieren. Das ist kein Problem. Ich habe hier auch ausreichend Kopffreiheit. Wie gesagt, wenn ich vorne nicht die Kopfstützen umlege, dann habe ich hier hinten auch Kopfstützen. Ja, und das ist wirklich meiner Meinung nach sehr bequem hier hinten. Und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, hier längere Strecken zu sitzen und zu fahren. Kommen wir zum wichtigsten Check. Wir haben eine Automatik. Die Fensterscheibe geht nicht komplett runter. Ihr seht das. Wir haben hier hinten natürlich auch ein relativ großes Fenster, was stehen bleibt. Meine Kinder würden das persönlich nicht mögen. Sie haben auch hier oben keinen Griff. Das würden sie auch nicht mögen. Dafür haben sie hier so ein kleiner Haken, ein kleines Leselicht. Und hier ist auch noch mal so ein kleiner Haken. Und wir gucken, hat der Volvo einen Einklemmschutz? Ich wette ja, hat er auch. Gott sei Dank. Brauchen wir da keine Abstriche machen in der sogenannten B-Note und kommen direkt zum Kofferraum. Ja, kommen wir zum Laderaum. Wir haben natürlich eine elektrische Heckklappe. Kann ich per Tastendruck ganz einfach öffnen. Und ihr erfahrt jetzt von mir die wichtigsten Fakten zum Kofferraum. Das Fahrzeug wiegt leer 1.812 Kilogramm und darf maximal 2.290 Kilogramm schwer sein. Somit ergibt sich eine maximale Zuladung von 478 Kilogramm. Die Ladekante ist 76 Zentimeter hoch und das Ladevolumen kann von 460 auf 1.336 Liter erhöht werden. Anhänger bis zu 1,8 Tonnen kann der Volvo XC40 Plug-in Hybrid ziehen. Ja, ich finde das kann sich sehen lassen. Aber jetzt steigen wir endlich ein und ihr bekommt von mir den Fahreindruck. Kommen wir zum Fahreindruck. Die Kraft der zwei Herzen geht über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Vollachse. Ich kann zum Verbrauch schon mal sagen, dass ich zwischen 3,6 und 8,7 alles hatte. Sparsam kam an den Volvo XC40 also schon durchaus. Vor allem dann, wenn man ihn auch mal an die Ladesäule steckt und viel elektrisch fährt. Die Batterie hat eine Kapazität von 10,7 kWh. Laut Hersteller sollen rein theoretisch bis zu 51 Kilometer möglich sein. Ich bin 40 Kilometer rein elektrisch weit gekommen. Dann ist es auch wahrlich angenehm leise im XC40. Beim Bremsen nutzt man zunächst die Rekuperation, sprich man nimmt die Bewegungsenergie und wandelt diese in Strom um. Ähnlich wie bei einem Dynamo. Das spürt man dann tatsächlich auch im Bremspedal. Nach etwas Übung kann man aber sehr feinfühlig bremsen. Die Lenkung ist leichtgängig und das Fahrzeug lässt sich präzise steuern. Und das Fahrwerk ist trotzdem Komfort, auch dazu in der Lage eine flotte Kurvendurchfahrt zu ermöglichen. Auch die Assistenzsysteme habe ich einmal durchgespielt und bin wahrlich angetan von diesem Fahrzeug. Volvo hatte ja bei mir immer früher so den Charme, ich sag mal so, viele Lehrer fuhren Volvo oder Saab. Und die haben immer was gekauft, was meistens wertbeständig war. Bei Saab haben sie vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt. Wobei, stimmt gar nicht, weil die Fahrzeuge, die fahren ja heute noch rum. Den Laden gibt es schon lange nicht mehr. Ja, Volvo, mittlerweile ja seit mehreren Jahren in chinesischer Hand, baut aber meiner Meinung nach sehr, sehr gute Fahrzeuge. Ich bin sehr angetan von der Qualität, von der Verarbeitungsqualität, von der Haptik. Platzangebot vorne, Platzangebot hinten, Platzangebot im Kofferraum. Gibt es ganz und gar nichts zu meckern. Preislich, ja, was stehen hier? 50, 55 Lautliste. Ist eine Menge Holz. Und dann würde ich mir wirklich die Frage stellen, nehme ich nicht dann doch das Upgrade und gehe hoch auf XC90 vielleicht? Aber wenn ich gar nicht so viel Platz brauche, dann reicht der XC40 auf alle Fälle. Mit dem Antrieb bin ich mehr als überzeugt, dass das eine gute Lösung ist. Denn man hat einen relativ vernünftigen Motor, man hat noch die Power dazu. Und das Schöne ist ja, wenn man wirklich immer nur kurze Pendelstrecken hat, dann ist das doch der ideale Wagen. Denn man fährt staatlich natürlich auch ein bisschen unterstützt, gefördert. Nicht wahr? Geht ja. Man profitiert als Geschäftswagen natürlich auch davon. Und wenn ich ihn abends irgendwo lade zu Hause, und vielleicht kann ich ja aber auch bei der Arbeit laden, dann kann ich so kurze Pendelstrecken rein emissionslos natürlich erledigen. Was ich nicht empfehlen kann, ist sich mit so einem Fahrzeug wirklich an diese Schnellladesäulen, also an die Ladesäulen zu stellen und dann da eben zu warten. Macht man nicht. Nicht für die 40, 50 Kilometer, die man dann rein elektrisch fahren kann. Da sollte man dann wirklich die Plätze freilassen für die reinen Elektrofahrer, die auf die Reichweite angewiesen sind. Das ist ja das Schöne. Ihr habt hier noch einen ganz klassischen Tank drin. Das heißt, ihr habt so eine kumulierte Reichweite von 550 Kilometer. Und dann könnt ihr wieder zur Tankstelle fahren und nachtanken und dann könnt ihr weiterfahren. Ja, und ihr könnt halt rein emissionslos fahren. Und das mag ich persönlich eigentlich ganz schön, dieses lautlose Dahingleiten. Und diese ganzen aerodynamischen Sachen, die sie draußen gemacht haben, merkt man im Innenraum wirklich erst dann, wenn er rein elektrisch fährt. Dann ist das nämlich ein wirklich sehr, sehr ruhiges Fahren da drin. Das ist schon fast so ein Gleiten. Mensch, ihr merkt schon, ich bin positiv angetan. Hätte ich vorher auch nicht von mir gedacht. Deswegen schreibt mal eure Meinung zum XC40 unten in die Kommentare. Schaut euch auch die anderen Videos an von den Kollegen, die da hier was zu gemacht haben. Hot or not, das ist eure Entscheidung. Schreibt es unten rein, lasst uns gemeinsam diskutieren. Denn ihr wisst es, Wolfsower Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. Ich bin�. Ich bin jetzt ein paar Minuten. Ich bin jetzt ein paar Minuten.